Eine Lektion für den Krieg. Um zu überleben, musst du deine Unschuld verlieren. Verraten in Vietnam. Willkommen in Vietnam, Soldat. Sie müssen das realistisch sehen. Wir sind Überlebenstypen. Die Welt gehört uns. Die Suche nach Liebe ist der einzige Ausweg. Und was ihre kleine Freundin Mai angeht, so haben wir sichere Beweise, dass sie eine Spion in Hanois ist. Die Meldung, die sie abgegeben haben, wurde im Interesse der nationalen Sicherheit vernichtet. Willst du meine Frau werden? Alle Personen, die davon erfahren haben, wurden versetzt und sind im Fronteinsatz. Die Liebe ist das Letzte, das du verlierst, auch wenn du durch die Hölle gehen musst. Verraten in Vietnam. Ich will doch aussehen! Unschuld und Liebe. Ich verleihe Ihnen den Silver Star für Tapferkeit. Zerbrechen in der Maschinerie des Krieges. Wir sind nicht die Schlimmsten und Gemeinsten. Wir sind die Führer, das ist alles. Eine Lektion fürs Leben. Verraten in Vietnam. Verraten in Vietnam. Verraten in Vietnam. Vielen Dank.